Hallo meine lieben Kreativhötchen, schön, dass ihr da seid. Wie ihr an diesem Chaos sehen könnt, machen wir heute das Buch fertig, also den Bookshop. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt, aber heute machen wir es wirklich. Und ja, ich würde sagen, wir machen hiermit weiter. Die Schicht ist getrocknet. Ich weiß jetzt nicht, welche besser aussieht. Ich bin da... Lassen wir es. Wir kleben es einfach mal fest. Und dann können wir das heute tatsächlich zusammenbauen. Ich bin begeistert. Da ich das letzte Mal ja aufgehört habe, da wir über die zwei Stunden drüber waren. Und so lange sollen die Videos ja jetzt auch nicht werden. So, einmal... Oh Gott, Kleber. Der Tombow kann wieder zur Seite. Der klebt wirklich ungemein. Den muss ich echt mal für andere Projekte ausprobieren. Ich kam bis heute noch nicht dazu. Ich ärgere mich, weil dafür habe ich ihn eigentlich nicht gekauft. Aber ja, Hauptsache ich benutze ihn, wa? So, das lassen wir jetzt eine Minute austrocknen. In der Zwischenzeit, mir ist eben aufgefallen... Also zwischen den Videos ist mir aufgefallen, ich habe ja das noch. Und ich dachte so, hä, wo gehört das hin? Das ist ja... Hm, I don't know. Ja, doch. Hier vorne drauf. Also, würde ich sagen, schneiden wir die erstmal schnell aus. Und bringen die dann auf. Und dann können wir auch schon weitermachen. Dann fangen wir nämlich endlich, endlich an, den Bookshop selber aufzubauen. Und bauen den heute auch fertig. Ich weiß, ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt. Dieses Mal mache ich es auch so. Und dieses Mal machen wir es auch so. Ganz ehrlich. So. Aber erst mal diese kleinen Dinger hier aufkleben. Die hatte ich nämlich total vergessen. Und ich weiß gar nicht, gehören die schief oder gerade? Oder wie wollen die sie... Wie wollen wir sie, wäre die Frage. Käsekuchen auf die. Okay. In verschiedene Richtungen. Sind wir heute mal Mitläufer? Verschiedene Richtungen. So, dann das zweite. Dann das dritte. Es wird gleich spannend, wenn wir den Laden selber aufbauen. Darauf freue ich mich auch schon extrem. Weil das ist natürlich so eine Sache, die ist mega, mega cool. Und ich bin... Da klebte was. Ich bin mega, mega gespannt, wie der sich so aufbauen lässt. So. Vielleicht hier oben drauf. Nee, nicht so kurz oben. Ein bisschen weiter unten. Und dann hoffentlich passt da noch die letzte. Vielleicht habe ich mir ein bisschen zu schräg. Egal. Nicht die Ecke abschneiden. Das war jetzt nicht meine Absicht, auch wenn es passiert. Und dann haben wir das letzte aufgeklebt. Und das kann erstmal zur Seite. Das kann trocknen. Damit sind wir tatsächlich fertig. Dann fangen wir mal an. Also. Hüstel, hüstel, räusper, räusper. Wir haben die Platte. Und hinten auf die Platte. Die guckt so zu uns. Oh Gott. Das kommt mal kurz hier zur Seite. Platte. So zu uns. Übrigens. Ich klopfe den mal kurz ab. So sieht der jetzt aus. Ich finde, der ist richtig cool geworden. Mit dem. Wir splutschen da drauf. Das hat echt gut funktioniert. Und gucken wir uns mal die anderen Blumen an. Ja, die sind unten noch nicht ganz trocken. So viel Zeit ist dann doch nicht dazwischen. Es tut mir leid. Okay. Machen wir mal hiermit weiter. Die kommen hier hinten. Also. Ihr seht. Die Außenlinie. Da kommen unsere Wandteile drauf. Ich hoffe, dass es das ordentlich hält. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin ein bisschen gespannt, weil es keinerlei Steckverbindung ist. Bei dem Bookshops spricht der Elli und dem Magic Bookshop war es ja beides eine Steckverbindung. Dadurch musste man sich nicht nur aufs Kleben verlassen, sondern konnte halt auch auf das Stecken zurückgreifen. Als Verbindung haben wir hier halt jetzt nicht. Ich würde sagen, schauen wir mal, dann sehen wir es schon, oder? Bis jetzt hat der Uhu echt alles total super geklebt. Ich hoffe, dass er das auch noch gut klebt. Ich versuche nicht so viel dran zu wackeln. So, dann kommt unsere kleine Wand, die wir hoch, also die wir gebaut haben. Die ist hier hinten. Mit dem weißen nach innen. Weiß nach innen, weiß nach innen. Gucken wir mal. Die hier ist weniger bemalt. Ich hoffe, ich bin auch komplett im Bild. Also das ist komplett im Bild. Das wird jetzt mal wieder was sehr, sehr Spannendes. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, wie ich die Kamera am besten führen kann. Also ich würde gerne die Einstellung etwas ändern, damit ihr das ein bisschen besser seht und nicht nur flach von oben drauf. Das ist für manche Sachen ganz okay. Für andere ist es ein bisschen doof. Da muss ich mir noch was überlegen. Also, das Beklebte kommt nach außen, das Bemalte kommt nach innen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, ich sehe das richtig. Und dann packen wir hier auch noch Kleber dran. Die könnten das auch mit dem Tombow kleben, weil der Tombow klebt echt wie Hölle. Dagegen kann der Uhu echt einpacken. Aber vielleicht klingt das blöd. Und ich arbeite ehrlich gesagt ein bisschen lieber mit dem Uhu, weil ich den in dem Punkt ein bisschen kontrollierbarer finde. So. Die beiden stehen schon mal. Alles, was überschüssig ist, wisst ihr trocken durchsichtig ab. Okay. Dann brauchen wir... Oh, nö, die hätten wir. Okay, die müssen beidseitig angemalt werden. Kleiner Tipp, ich habe sie einseitig angemalt. Hätte man auch eruieren können, also hätte man auch sehen können, hätte man ein paar Schritte weiter geblättert, habe ich nicht. Ehrlich gesagt war ich so genervt von diesem ganzen Anmalen, dass ich irgendwann mal einfach nur froh war, dass ich die angemalt hatte. Hm, doof, ärgerlich, passiert. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich sie jetzt nochmal schnell anmale und wir machen dann gleich weiter. Klingt nach einem Plan. Die Teile sind nachgemalt, das heißt auf beiden Seiten jetzt blau, sprich wir können weiterkleben. Ich habe sie mit dem Heißluftfön bearbeitet. Passt beim Heißluftfön echt auf. Erstens, ihr bekommt sie nicht so trocken, als würden sie mit der Zeit trocknen. Außerdem werfen sie sehr schnell Blasen. Da, hier, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, zum Beispiel so ein Beispiel. So, das ist so ein Beispiel, da hat es Blasen geworfen. Nicht unbedingt das Beste, was passiert oder passieren könnte. Aber, kann passieren. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Aber, tatsächlich klappt das mit diesem Stupfen, also was heißt mit diesem Stupfen? Tatsächlich klappt das mit dem Stupfen sehr, sehr gut. Also, das kann ich tatsächlich sehr empfehlen, wenn ihr die Farbe ordentlich nicht decken. Sie wird nicht so, wie sie soll. Und sie wird auch nicht so, wie man sie erwartet, wie man sie sich wünscht. Aber sie wird schon okay, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn ihr damit kein Problem habt, macht es mit dem Stupfen. Funktioniert eigentlich ganz okay. Ich bin jetzt gerade am gucken. Mir ist gerade aufgefallen, den habe ich vergessen. Den lassen wir jetzt so. Ich mache das auch nicht 500 Mal. Dafür habe ich den gemacht und den, der kommt jetzt hier drauf. Wirklich schön geworden sind sie auch nicht. Also, da muss man sich echt vielleicht eine andere Farbe kaufen oder nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe andere Farbe. Ich bin echt am überlegen, ob ich für das nächste Projekt mir dann die andere nehme. und ist dann mit eigener Mache. Was ich sehr schade finden würde, weil immerhin ist sie dafür dabei. Entschuldigung, der Uhu-Kleber klebt aber extrem gut. Der klebt echt gut. So, wieder außen die Mauer, innen das bemalte. So, einmal hier rum und einmal. Genau, so rum. Dann einmal hier rum. Ich musste jetzt erst mal überlegen, wie sollte das Ganze eigentlich gesetzt werden? Wo muss der, das ist das Loch für den Schalter, wo muss der Schalter hin? So. Nicht schräg, sondern gerade. Hier oben auch gerade und dann dran setzen. Hier ansetzen und andrücken. So. Soweit sind wir dann schon. Das heißt, jetzt kommt der Schrank rein. Also wir sind so weit. Und hier hinten kommt jetzt der Schrank hin. Nein, stimmt gar nicht. Vorher kommt noch das links drauf. Kommt noch das blaue drauf. Ach, jetzt hätte ich fast einen Schritt übersprungen. Welches? Dieses hier. Das hier kommt noch hier oben drauf. Wäre natürlich ärgerlich, hätte ich diesen Schritt einfach übersprungen. Hier hin. Hier hin. Und hier hin. Ich hoffe, ihr seht das. Sprich, alle Flächen, alle Kanten, die berührt werden. Da kommt Kleber drauf. Hier unten hin, hier an die Seite, hier und hier. Und das setzen wir dann hier auf und es kann dann, wenn ich es mal hinkriege, dass es gerade sitzt, genau, kann es dann hoch hier drauf kommen. Ist es noch leicht feucht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann hier eine Sekunde festhalten, dass auch sich das zusammenzieht. Den Uhu, Mist, der Uhu hat sich da unten gelöst. Also der Kleber hat sich da unten gelöst. Den Uhu würde ich nicht mit dem Heißkleber, mit dem Heißföhn föhnen. Denn der wirft tatsächlich sehr starke Blasen. Also er trocknet aus ohne Probleme, aber er wirft halt Blasen. Damit muss man umgehen können. Das kann ein echt unschönes Ergebnis geben. So. Und dann kann schon hier hinten das Regal dran. Beim Regal packe ich ein bisschen mehr Kleber hinten drauf. Weil das halt auch die größte Berührungsfläche ist, von dem ganzen Spaß. Dass das richtig hält. Erstmal zu. Und dann nehme ich mir hier so ein kleines Stückchen Holz und verteile den Kleber ordentlich. Das Stückchen kommt aus dem Set. Das war eins dieser Innenteile aus sowas. Also aus so einem Teilchen. Und das kann man jetzt super dafür benutzen, dass es glatt und ordentlich verteilt überall ist. Und den gleichen Kleber brauchen wir ein bisschen mehr, können wir hier unten noch anbringen. Damit der da nicht verschwendet wird. Und dass es da kleben kann. So. Hier nochmal einen Hauch. Und hier nochmal einen Hauch. Jetzt muss ich gucken, dass ich nehme, ohne mich festzukleben. Ich habe tatsächlich eine Ecke vergessen. Und zwar hier die Schrankwand. Gleiches Spiel wieder. Und dann können wir hier ihn ansetzen. Ich ziehe es mal ein bisschen nach vorne, dass ihr das sehen könnt. Hier direkt in die Ecke. Dass er ordentlich sitzt. Und ordentlich andrücken. Zum Glück wiegt er ja nichts. Also ist ja kein richtiger, keine richtige Schrankwand. Aber trotzdem muss er ordentlich sitzen. So. Und so sitzt er dann da drin. Das ist mir ein bisschen Schack gebaut. Aber ich denke, das ist okay. So. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die Bank daneben. Die kommt dann hier rein. Die kleben wir hier hinten dran. Weil hier, das ist ja keine plane Fläche. Das heißt, wir kleben nur hier die beiden und die Füße. So. Nummer eins. Und dann diese vier. Und dann wird sie hier hinten rein geschoben. Und hoch. Kann dann, ich bin jetzt gerade am gucken, sie soll wahrscheinlich hier an die Wand. Ich denke, so ist eigentlich ganz okay. Wenn sie so sitzt. So sieht es bis jetzt aus. Bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden. Überschüssiger Kleber wird abgestrichen. Vorne auch noch. Und dann geht es Entschuldigung, dann geht es weiter. Okay. Innere Deko. Womit fangen wir an? Hier kommt nichts rein. Würde sagen, wir fangen mit den, wir brauchen jetzt das hier. Das brauchen wir nicht. Das kommt auch später dran. Wir fangen mit den Regalen an. Legen dafür das ganze Stückchen mal hier auf dem Rücken. Denn die Regale werden so angebracht. Ungefähr in der Höhe und in der Höhe. Ich bin jetzt gerade am gucken. zwei, drei, vier. Und zwei, drei, vier. Genau. Ungefähr in der Höhe und in der Höhe. Sprich, auch hier kommt der Kleber wieder zum Einsatz. Also der, die große Tube. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ihr das alles seht. Und dann. Andrücken. Nicht so doll verschieben. Am besten gar nicht verschieben. Nur andrücken. Und dann kommt hier das nächste Regal. Und das kommt hier hin. Ich benutze jetzt oder ich versuche es jetzt zu benutzen. Hier. Ich versuche die Steine als Ausrichtungspunkt zu benutzen. Dass das Ganze halbwegs gerade ist. Vielleicht hilft euch das ja. Mir hilft es tatsächlich. So sehen jetzt die beiden Regale aus. Huch. Nein. Nicht oben abgehen. Nicht cool. Gar nicht cool. Toll. Und ich habe es verschoben. So. Es muss jetzt zwei Minuten so trocknen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die ähm wo sind sie? Die Bilderrahmen ankleben. so, kein Kleber wird verschwendet. Das wird einmal hier oben angeklebt. Und dieses hier bin ich am gucken. Ich würde sagen, so rum. Ja, so rum. Kommt dann daneben. So. Vielleicht ein bisschen runter. Da hängt es ganz gut. Und dann können wir auch schon die Box einbauen. Sprich, wir heben das Ganze hoch. Hoffen inständig, dass die Regale nicht runterrutschen. Ich beobachte das Ganze schon ein bisschen argwöhnisch. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das wäre echt uncool, wenn die jetzt einfach runterrutschen. Fände ich überhaupt nicht gut. Hier ist unsere Box. Wichtig, der große Knopf kommt nach oben. Wir packen jetzt hier unten Kleber drauf und hier hinten. Weil es steht hier am Boden und steht an der Wand. Und dann können wir es direkt vor die Bank stellen. So, das kommt rein. Dann kommen die Stühle und das hier dran. Das ist natürlich super gemacht, dass ich hier hinten wir könnten das so dran kleben. So sollte es zwar nicht dran geklebt werden, es sollte eine Etage tiefer aber so kann es ordentlich stehen. Dann machen wir das so, dass das Buch aus dem Fenster so ein bisschen rausliegt, weil ich habe es hier hinten nicht plan aufgeklebt. Also eigentlich hätte es hier hinten plan aufgeklebt werden müssen, dass das nicht übersteht und dann direkt an die Wand. Das habe ich hoch jetzt nicht gemacht. Ist auch, denke ich, nicht melodramatisch. Mein Klebefläschchen ist fast leer. heißt nur im Umkehrschluss. Ich setze es jetzt hier oben dran, dass ich das Ganze an dem, ja, im Prinzip am Rahmen befestige. Dass das Buch so ein bisschen übersteht. So, wir halten das jetzt oder ich halte das jetzt erst mal, dass ich das festziehen kann. und bin eigentlich ehrlich gesagt sehr begeistert bis jetzt. Schauen wir mal bis jetzt kurz rein. Hier haben wir das. Dann haben wir hier die Wand mit den Büchern, die Schrankwand. Ich finde es eigentlich ganz knuffig bis jetzt. muss ich ganz ehrlich sagen. So, die beiden Stühle kommen davor. da ist ein schnell trocknender Kleber, echt sinnvoll für. Bin aber auch mit dem Uhu eigentlich sehr zufrieden. Der bindet relativ gut ab mit dem Druck, also mit Druck noch besser als ohne Druck. Und er funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. So, die beiden Sessel beziehungsweise Hocker stehen. Was kommt als nächstes? Ah, das ist die Verkabelung. Wir brauchen die Verkabelung. Hier die. Die soll wohl einmal durchgeschleust werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so melodramatisch wichtig ist, dass wir die einmal durchschleusen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also laut Bild soll sie dann hier hängen und dann da. Aber ja, weil wir gleich was draufsetzen. Ja, in dem Fall schon. Aber ich denke jetzt zum Einkleben macht es nicht so viel aus. Wir stecken das hier durch. Oh Gott. Okay, wenn wir es durchbekommen. Ah, da ist eine Farbwulst. Na komm. So. Andere Seite auch noch. Wie gesagt, das sind Millimeter. Manchmal Zehntel Millimeter, die einem da fehlen. Man hat kaum was abgetragen und denkt sich dann so jetzt passt's. War das doch so wichtig, dieses kleine Stückchen Platz. Und ja, ist es. Na komm. Du willst durch, ich will, dass du durch willst. Wo ist jetzt das Problem? Jetzt zieht ihr da so ein bisschen die Farbe, die hält das gerade auf. Entrefüßig. schauen wir mal vielleicht passt er jetzt wieder rein also besser kann ja nicht sein dass er nicht reinpasst das nehmen wir mal ein gedrücke aber also ganz durch ist er nicht aber er passt wackelt hat luft von daher ich zeige euch kurz wie er jetzt sitzt so sitzt er jetzt ich finde es okay so dafür müssen wir jetzt erstmal hier die geschichte ausgaben und das hier unten drunter durchwerfen denn jetzt kommt der punkt an dem das kabel versteckt wird so und zwar hat hier das teilchen das hier hier so ein schlitz und das wird hier drauf gepackt und hier wird das kabel durchgeführt das heißt erstmal hier unten genug kleber drauf dann hier genügend kleber drauf weil hängt ja hinten an der wand viel kleber damit rauszuholen ist echt nicht so leicht und das muss genau hier genau ran liegen und die müssen da genau durchgehen die scheinen da genau durchzugehen das liegt da direkt dran und dann können wir es fest drücken und halten es eine sekunde sonst springt das uns gleich wieder hoch und das wollen wir nicht die bücher sind so seltsam aufgeklebt echt so ein bisschen ärgert mich das ganz ehrlich ein bisschen viel aber ist okay passiert perfekt ich weiß gar nicht wie ich es euch zeigen soll also da unten seht ihr das hier da gehen die kabel jetzt rein und da unten sind jetzt kabel ist direkt hinten an der wand und hier vorne sehr sehr nah an dieser markierung dass ich da noch die wand hin bauen kann also da muss dann dieses teilchen dran das kommt da vorne hin aber zuerst bauen wir welches dieses hier nein stimmt gar nicht zuerst bauen wir dieses hier hin so ich habe noch schnell meine flasche aufgefüllt wir waren hierbei das kommt wieder nach außen das kommt nach innen und genau so rum wird es aufgesetzt das heißt wir packen hier einmal kleber dran also hier unten ich hoffe das seht ihr und hier an diese kante wird einmal kleber aufgetragen weil es muss ja im endeffekt daran wenn wir über dieser höhe sind ist es nicht schlimm da kommt gleich was drauf nicht jetzt ich kann das nicht mehr da drin verstauen dein ernst ist das gerade nervig das ding geht geht mir zumindest tierisch auf den geks einmal fest drücken und dann kommt das hier oben drauf das heißt so sitzt es und hier das kleben wir jetzt so drauf das heißt es kommt wieder hier kleber hin hier kommt kleber hin hier an die seite am besten so dass ich nicht alles ein so und hier so und das drücken wir jetzt ordentlich fest so und ich habe wieder mal überall kleber naja wen wundert es mich nicht ich bin echt mal gespannt wie das im endeffekt aussieht und ich freue mich ehrlich gesagt echt drauf so kommen wir zum nächsten pünktchen das kann jetzt mal eine sekunde zurückgestellt werden denn das haben wir das haben wir das haben wir dann packen wir die lampe zusammen mit dem falschen kabel falschen kabel in anführungszeichen ich habe dieses kabel noch und diese lampe und ich gehe davon aus genau die passt nicht dadurch das heißt wir müssen das ganze gesamte kabel durch friemeln diesmal sind die kabel auch extrem lang also müssen die dann wieder kürzt werden na komm einmal bitte dadurch einmal dadurch und einmal festgeklebt ich ziehe sie diesmal nicht durch ich finde das ist eigentlich ganz okay wenn das nur fest klebt und wenn man unten so ein kleines schnüppelchen hat okay das rote kabel ist um einiges kürzer als das graue ich hoffe dass das rote trotzdem reicht für die stelle wo wir hin müssen werden wir sehen ich bin gespannt so das hier bringen wir jetzt an den jahren für knappe fünf zentimeter notfalls müsste ich den auseinanderbauen möchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht also ich will nicht die die lampe noch mal auseinanderbauen ehrlich gesagt weiß ich nicht mal ob das überhaupt noch geht das ist jetzt sehr sehr spannend dass das darauf geklebt werden soll soll auch nur das rote oder beide ich weiß es nicht klebt mal beide dran ahnungslos wie immer und wir halten das mal und hoffen dass es so ordentlich klebt na komm okay ich muss hier eindeutig das hat die farbe runter gezogen mehr habe frei lassen aber ansonsten müsste das eigentlich halten so genug kleber aufgebracht das wird gerade gezogen das wird aufgeklebt und gar hoch halten in dem fall bei heiß kleber echt sinnvoll vorsicht laut ich hoffe das schädigt jetzt das kabel nicht kann man sehen dass mein ich glaube ich auch nicht Das meinte ich mit, es wirft Blasen. Das ist halt so ein Problem, wenn man den Uru föhnt. So, ordentlich dran drücken und es hält. Der Rest kann so austrocknen. So, sorry, das war zu nah. Ihr seht, das meinte ich mit, er wirft Blasen. Der wird übrigens super, super heiß, also passt da echt auf, wenn ihr sowas macht. Und die können wir jetzt hier oben zwischenkleben. Wo wird denn bitte das Kabel geführt? Die sollte von unten und von außen. Es ist aber nicht schlimm. Also so rein. Die packen wir mal weg, die brauchen wir gerade nicht. Ich habe nicht nochmal vor, Kleber zu föhnen. Das ist jetzt nicht meine liebste Beschäftigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier könnte man theoretisch auch nochmal Farbe drüber packen, wenn man das möchte. So und so und so und so und so und so und dann halten wir das mal. Ist es jetzt runtergerutscht oder? Ja, es ist runtergerutscht. Das war jetzt schon mal eine große Frage. Ist das jetzt runtergerutscht? Warum ist es auf einmal nicht mehr gleich? Drücken, halten, halten, drücken. Am besten gleichzeitig. Und in einem gleichmäßigen, also gleichmäßiger Druck. So. Nicht schön, aber außergewöhnlich. Hoffen wir mal, dass da noch irgendwas in die Nähe gebaut wird. Ich habe nur ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wohin jetzt das Kabel geführt wird. Seht ihr das? Also im Prinzip sollte das unten dran, ich habe es jetzt vorne dran geklebt. Das wird dann hier runter, ich glaube es sollte hier lang, nicht darüber. Und jetzt wird hier das reingeklebt und dann kommt das da. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Kabel lang geführt wird. Weil so macht das nämlich überhaupt. Ah, ja, doch. Hier innen ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier das Loch und da wird es durchgeführt. Heiliger Käsekuchen. Das ist auch mal was. Das heißt genug Druck aufbauen, beziehungsweise genug Zug aufbauen, um das Ganze gerade runterzuziehen. Aber auf keinen Fall so viel, als dass wir das runterreißen. Also kleben wir erstmal den Ständer auf. Mitten in den Raum. Hier klebe ich hier auf jeden Fall genug Kleber. Und dann wird das hier mitten reingesetzt. So, sitzt mittendrin. Und wir können uns erstmal hier drum kümmern, wo habe ich es hingelegt? Hier habe ich es hingelegt. Dieses hier mit dem hier zusammen. Oh Gott, da ist so viel Farbe dazwischen inzwischen. Also durch das Streichen ist da so viel Farbe, dass ich glaube, das nicht mehr passt. Ja, da ist viel zu viel Farbe dazwischen. Ich kratze jetzt mal ein bisschen Farbe raus. Oh Mann. Wie immer klappt reibungslos, ohne Probleme, ohne Stress. So, das müsste jetzt besser funktionieren. Ich hoffe es zumindestens. Komm, rück du mal. So, ich glaube, das muss ich gar nicht verkleben. Ich würde es aber gerne verkleben. Einfach nur, um das, dann ist es verklebt halber. Sprich, der Tropfen, der sich bildet, wird abgenommen. Und hier kommt überall erstmal eine Schicht Kleber drauf. So, dann auf die Seite noch. Und dann auf die Seite. Schräg angesetzt, rein gesetzt und versenkt. Alles, was jetzt überschüssig rauskommt, verreibe ich einfach nur. Und ich würde sagen, weil das die schönere Seite ist, kommt die nach außen. So. Hier einen dünnen Streifen. Diesmal mache ich das anders. Diesmal mache ich das, mache ich den Streifen auf das Teil, was angeklebt wird und unten. Und dann setzen wir es an. Und ich habe es natürlich falsch angesetzt. Also ich habe den Kleber falsch angesetzt. Das ist mega ärgerlich, aber das ist passiert. So. Und so. Und ja, ich muss da definitiv nochmal Kleber dran bringen. Das gibt jetzt ein kleines Chaos. Aber nur ein kleines. Huch. Nicht rausdrücken, festdrücken. Und es passt, wackelt und hat Luft. Und hier kann es von innen nochmal sitzen. Nochmal schön festdrücken. Und dann können wir uns hier dem widmen. Ich denke, das ist das nächste, was dran kommt. Ja, das ist das nächste, was dran kommt. Das kommt dann hier hin und hier hin. Also auf jeden Fall die Unterteilchen und hier. Auch wenn da Lamellen sind, aber es klebt ja im Endeffekt nur an den anderen Stellen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und dann hier unten noch ein bisschen was. Und dann wird das hier hier einmal angebracht und hier einmal angebracht. Hiermit festgedrückt und hiermit festgedrückt und hier. So sieht es dann bis jetzt aus. Ich finde, es sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay, ja. Das Kabel, das sollte definitiv nicht so sein. Aber das ist okay. Damit kann ich gerade leben. So, was kommt als nächstes? Wir haben diesen Aufbau. Wir haben diesen Aufbau. Wir drehen es. Warum drehen wir es? Wir müssen gleich die Kabel verknüpfen. Die wird echt festgeklebt. Bevor die noch 50 Mal rausfällt. Aber ich finde, hier vorne sieht sie eigentlich ganz gut aus, oder? Was sagt ihr? Und dann hier unten wird sie auch noch mal festgeklebt. Und ich hoffe einfach, dass das Kabel reicht. Ach, das sind so typische Fehler, die passieren. Ist aber nicht schlimm. So. Einmal durch. Und dann stramm ziehen. Und jetzt lassen wir das mal eine Sekunde trocknen. Während das trocknet, würde ich sagen, bringen wir, wo ist er denn? Hier das Buch auf das Schild auf. Das ist das Schild. Das ist das Buch. Muss eigentlich nur hier drauf geklebt werden. Ich muss mal meine Klebefinger loswerden. Dann können wir nämlich die ganzen Beihilfs-Zusatzarbeiten erstmal machen. und gucken mal, dass das trocknet. In der Zwischenzeit. So. Wenn nicht, lasse ich es tatsächlich mal über Nacht trocknen, damit das auch eine gewisse Stabilität gewinnt. Dann haben wir hier schon mal das Schildchen. Ist das mittig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, das ist okay so. Schildchen und er hier wird ausgeschnitten. Der muss nämlich auch noch zusammengeklebt werden. So. Ach, ist genauso wie das vorhin. Ich hasse, diese Rundungen zu schneiden. Es tut mir leid, aber das ist wirklich, wirklich nicht meins. So. So. Jede einzelne Rundung. Es ist nervig. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich ist es nicht wirklich spaßig. Also ich schneide gerne aus. Ich habe damit gar kein Problem. Aber wie ist es denn das? Zwei, vier, sechs, acht, elf, neun Mal. Dasselbe? Hm. Weiß nicht. So. Vorletzte Rundung. Und dann kommt die letzte. Wenn der Kleber nicht die Chance nutzt, zu trocknen, werde ich leicht sauer auf ihn sein. Fände ich nicht cool. Gar nicht cool. So. Das ist ausgeschnitten. Dann wird das hier umgeknickt, also umgefaltet. Zip. Zip. Und dann kommt hier Kleber drauf und wir kleben die Beine auf. Nummer eins. Und wo ist Nummer zwei? Nummer zwei ist hier. Ach, Käsekuchen. Falschrum aufgeklebt. Oder? Ja, falschrum aufgeklebt. Natürlich. Was auch sonst. So. So und so rum. Mit der schrägen nach unten. Da sind wir nicht falschrum aufgeklebt. Und es ist natürlich auch viel, viel spannender, das so aufzukleben, weil die Form nicht so einfach zu halten ist. Aber okay. Und dann haben wir hier noch Nummer zwei. Und einmal festdrücken, festpressen und hier noch festdrücken. und dann kann das gleich erst mal austrocknen. So. Das kann dann erst mal in die Trocknung gehen. Dann können wir uns hier mit auseinandersetzen. Ach, wo ist das vierte? Hier ist das vierte. Dachte ich mir doch schon fast. Okay, wie werden die denn jetzt? Also, wir wollen jetzt das hier zusammenkleben, dass ich hier oben das. Angemalt haben wir es schon. Wir, genau, wir kleben die jetzt so auf. und dann so Seite 1 na komm und Seite 2 Warte kurz. Da habe ich die falsche Seite benutzt. Das hier sollte zwei Seite 2 werden. und die sitzt dann so und hier dann genau dasselbe spiel. Seite 1 und Seite hoch 2 Dann haben wir die zweite Seite. Das kann jetzt auch erst mal austrocknen. Bis dahin wo habe ich denn? Hier habe ich mein letztes Stückchen von der L14 brauchen wir zweimal 1,4 äh 1,2 cm das werde ich mit dem Schneider schneiden. Nummer 1 und dann Nummer 2 ich weiß nicht ob ihr das gerade seht ich glaube dass es außerhalb des Bildes aber ich habe sie einmal in die Breite geschnitten und ich brauche einmal 9,5 und einmal 7 das hier ist das 7 cm Stückchen einmal 7 und einmal 9,5 und für 9,5 ist es definitiv zu kurz sprich ich nehme ein Ersatzteilchen oder habe ich hier noch ne das ist auch zu kurz wir könnten jetzt stückeln ich bin jetzt echt am überlegen ob ich stückeln möchte ne ich will nicht stückeln ich nehme einfach ein Stück Aquarellpapier das habe ich hier noch rumliegen weil wir könnten jetzt hier mit stückeln das sind beides keine 9,5 aber ehrlich gesagt will ich das nicht muss nicht unbedingt sein ist eh von unten und es kommt dann oben was drauf wenn ich richtig bin also es wird hier unten dran geklebt und die kommen dann wenn ich richtig bin genau die kommen dann hier oben drauf das muss dann nicht unbedingt sein dass ich dann damit ein bisschen also dass ich damit ein Stück hier kommt der kleber drauf und dann kommt das stückchen pappe wollte ich gerade sagen aber genau das ist es hier eigentlich ein Aquarellpapier dann kommt das stückchen Papier drauf am besten so dass es richtig hält ja perfekt Nummer 1 und Nummer 2 hier und hier und dann packen wir das hier drauf drücken das einmal ordentlich fest und dann hängt es perfekt was wollen wir als nächstes machen das Fenster alles damit das erstmal in Ruhe trocknen kann ich denke das stelle ich jetzt auch einfach mal zwei Zentimeter zur Seite dann kann das echt in Ruhe trocknen und wir bringen jetzt erstmal dieses Fenster hier rein ohne Mist der Tombow ist immer noch ich weiß der wenn er austrocknet an der Luft bleibt er klebrig aber das ist so nervig aber das ist so nervig manchmal also ohne Mist dafür ist es mega mega nervig wir packen hier auf jeden Fall Kleber rein und hier packen wir Kleber rein dritte Seite auch noch und die vierte packen wir packen den Fussel raus und versuchen dann es ordentlich rein zu drücken versuchen versuchen ist ja echt ein gutes Wort warum willst du jetzt gerade nicht ich kriege es gerade nicht rein und ich verstehe gerade nicht warum liegt es wenn liegt es an allen vier Ecken aber ich glaube es kommt da auch raus also müsste es da auch theoretisch wieder rein das Problem hatte ich vorhin schon okay hier wahrscheinlich ist wieder Farbe drin gucken wir mal ob sich irgendwo in der Ecke Farbe angesammelt hat ja natürlich ach hätte ich erst die Farbe raus machen müssen ich dachte es würde auch so funktionieren ehrlich gesagt hatte ich es gehofft probieren wir es jetzt nochmal echt jetzt euer Ernst ah Ecke Nummer 1 ist drin und ich habe mir das Dach versaut klebrige Finger und so das klingt hier als würde ich ständig irgendwie andeuten dass ich klaue nein ich habe Kleber an den Fingern ha Dach ist drin nicht schön aber einzigartig echt machen wir mal weiter Wuser wir müssen jetzt noch mal 16 Blümchen machen und die alle dann später hier rein friemeln das wird spaßig aber okay 1-2-3-4 1-2-3-4 so wartet kurz ich muss hier kurz aufräumen zumindest so halbherzig danach kann ich die Matte weg ohne Mist also die die Ebene an Unterlage kann danach echt weg so das ist Nummer 3 und das hier ist Nummer 4 und dann brauchen wir 8 von den Blumen 2-3-4 2-3-4 5-3-4 5-3-4 5-3-4 6-3-4 6-3 7-3 und die Nummer 8 natürlich ein Käsekuchen ich weiß gar nicht welches jetzt war habe ich die richtige ich weiß es nicht nein natürlich nicht egal einmal drumherum wollte ich gerade sagen eben hat es gut funktioniert also beim letzten Mal dann nehmen wir uns eine Blume fädeln die durch und kleben sie fest so einmal drumherum unter fest drumherum durch runter und ich verliere sie wieder so und die kann auch wieder fest und der nächste Teil ach Gott ist das nervig hoch oh Gott das Ding habe ich eher zerknickt als alles andere so runter dann haben wir hier noch ein 1 runter na komm genau genau die stehen total gut ich finde es total witzig dass sie so gut stehen oder sie sind festgeklebt aber das glaube ich fast nicht ich hoffe es zumindest nicht so 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 und dann machen wir die nächsten weil es so spaßig war diesmal in gelb kleber am finger woher bloß so 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 diesmal acht gelbe 34567 und ich habe das ding zerroppt egal 8 ich bin echt gerade überlegen ob wir bevor wir die fertig machen erst mal ja es machen wir kleben jetzt erst mal das hätte ich auch bevor ich angefangen habe machen können müsste ich dir jetzt nicht durch die gegend kullern das ist zu lang super mir ist es hier festgeklebt naja egal das hier vorne fest weil wir wollen das gleich noch befüllen und ich denke wir fühlen das jetzt noch ich lasst das dann über nacht trocknen und verkabel ist dann morgen für euch macht das keinen unterschied nur für mich das ist aber auch voll okay dann kann das alles ordentlich durchtrocknen so nummer eins wäre dann theoretisch soweit muss halt nur gucken dass es ordentlich klebt und ich mache hier die lücke zu damit er später der kleber nicht durch fließt weil das wenn ich echt nicht so prall und dann kleben wir das noch fest ich glaube hier wird gar nicht so eine große lücke sein wenn überhaupt das ist dann hier ungefähr und auch die lücke wird geschlossen und es sollte nicht abklappen kurz halten ganz ganz kurz einmal fest drücken und dann dürfte das funktionieren perfekt das stelle ich jetzt zur seite damit das kleben kann in der zwischenzeit während wir die restlichen blümchen machen weil dafür brauchen wir noch fünf minuten minimum und von daher machen wir jetzt diese blümchen fertig danach müssten wir das eigentlich bestreuen können beziehungsweise bekleben zwischenzeitlich können wir dann noch mal die dings die die anderen teilen vorbereiten für die blumenkästchen aber alles stückchen für stückchen und gemächlich und wenn es morgen dann trocken ist kann ich verkabeln für euch wie gesagt wird das gleich sein ich mache da nicht nur mein teil draus ich mache das jetzt zusammen also ich drehe das jetzt durch und schneide es dann so zusammen dass das ein video ist ich denke das macht hoch am meisten sinn kommt überhaupt was in der richtung rein ich bin mir nicht ganz sicher gucken wir uns mal gleich zusammen an so so voll letztes blümchen das ist auch keine meiner lieblings arbeiten so und dann das letzte einmal schnappen und einmal drauf und dann haben wir die auch geschafft meine frage ist jetzt einfach also wir haben diese gemacht die kommen dann nicht hier das wird dann beflockt die kommen dann hier rein was ist mit denen seht ihr die werden die da auch rein ich sehe es gerade ehrlich gesagt gar nicht doch werden sie auch da also müssen wir uns erstmal darum kümmern das sind diese und diese brauche ich ihn noch mal kurz rein nein nein hier kommt efeu hin das finde ich mega cool mit dem efeu und dann sind wir auch schon fertig das finde ich ultra cool nicht weil es mir keinen spaß gemacht hat sondern hatten wir das letzte mal schon das thema weil ich es einfach mag wenn dinge in m zu ende sind beziehungsweise wenn ich sachen fertig gemacht habe das ist einfach mega gutes gefühl meiner empfindung nach aber so wie ich das mitbekommen habe geht es euch auch so oder ähnlich so und so und dann haben wir hier die noch soll das dann voll mit blüten werden ja augenscheinlich vielleicht schon so und so und so und dann schieben wir das mal zur seite und kippen hier schon mal genug kleber rein das ist der leere oder der fast leere hier haben wir noch genug so außerordentlich die geschicht hier genauso vorteil dadurch dass er so flüssig ist verteilt er sich ordentlich den brauchen wir jetzt nicht dann packen wir erst mal grün zeug drauf das muss ich dann wenn es trocken ist ausschütteln so hoch das war jetzt sehr intelligent und dann kommt hier nochmal was hin so hoch und jetzt können wir die die hier rein stecken zwei hoch nein nicht umfallen bitte hier kommen auch noch welche rein hier hinten kommt die rein dann kommt hier eine dazwischen da die kommt dazwischen das wird sich ja alles noch festziehen sobald das etwas also sobald es trocknet sobald es durchgetrocknet ist hat sich fest gezogen und das wird ja morgen sobald es durchgetrocknet ist deshalb lasse ich dann auch später austrocknen oder gleich besser gesagt damit das anziehen kann so hier kommt dann noch meine gelbe hin ich glaube bei mir passen auch nicht alle blüten hin das ist aber nicht schlimm hier kommt noch mal eine gelbe hier kommt noch eine pinke und das ärgert mich jetzt das heißt wir haben zwei pinke nebeneinander nein ich könnte da noch eine gelbe hin stopfen aber ich habe tatsächlich keine gelbe das ärgert mich jetzt egal und dann können die dazwischen so hier ach gottchen ist das gefuddel zeug ich bin echt mal gespannt wie das morgen hält so hier vorne pack ich es mal weg dann können wir den restlichen kram der festgeklebt wird auch gleich machen dann ich denke das wird ganz gut sein dann packen wir einfach alles hin klebens fest lassen es trocknen und wie gesagt die verkabelung mache ich dann später also für euch später für mich morgen hier ist die blume die hier die hier zeige ich euch dann auch morgen wie es aussieht kommt hier an die ecke dann kommt das schild das kommt hier vorne hin hier oben drauf kommt erst mal das dach das heißt hier hin kleber hier hin klebe und hier hin natürlich klebe und dann brauchen wir auch noch hier klebe außerhalb des bildes das tut mir leid so ist das schon mal cool der hier ist auch schon trocken den setzen wir hier vorne dran so hältst du so ungefähr richtig wo du halten sollst bevor ich dich fünf mal wieder ab mache ja perfekt hier oben muss auch noch was drauf ich habe das irgendwo verlegt glaube ich nein doch ich habe das teil falsch angemalt das hier sollte endlich braun sein statt blau ich habe es aber blau angemalt ist aber jetzt ganz ehrlich würde ich fast behaupten egal ich klebe es jetzt einfach so wie es ist drauf dachte es sollte blau sein es ist braun eigentlich egal so genug klebe aufbringen und dann wird das ganze ja das klebe ich auf und umwickelt das dann morgen mit dem efeu das machen wir dann morgen zusammen wie wird das jetzt aufgeklebt so rum so rum ist schöner und so wird es aufgeklebt ich bin gespannt ob das so hält ich hoffe es ich bin ehrlich gesagt wirklich gespannt müsste eigentlich genug klebepunkte haben so das haben wir dann da kommt dann das efeu drumrum das wie gesagt das mache ich dann morgen die blume kommt hier oben drauf ich kümmere mich jetzt erstmal nur um die festzuklebenden teile die idee mega süß wo habe ich mein bänkchen mein bänkchen habe ich hier das kommt hier unten hin so dann kommt die pflanze kommt hier rüber die ist unten immer noch nicht ganz trocken aber das ist mir auch relativ um ehrlich zu sein die wird jetzt festgeklebt ich freue mich es wächst es tut mir leid ich freue mich einfach gerade wie ein kekskuchen ob ich den hier dran kriege weiß ich nur noch nicht wo wird denn der geklebt der soll hier dran geklebt werden also bei mir hängt es auf jeden fall nicht so schön ich müsste brechen ich glaube der ist hier auch gebrochen ich bin mir aber nicht ganz sicher um ehrlich zu sein wann haben die den denn wann haben sie denn stehen eingeführt jetzt weiß ich warum ja ist okay entschuldigung ich war jetzt gerade ein bisschen in gedanken ich habe dieses hier vergessen das ist aber nicht schlimm das bringe ich jetzt mehr oder minder von das kommt nämlich hier rein das kommt im endeffekt habe ich hier ein stück nie eigentlich nicht die sollte nicht runtergerissen werden und dann kommt die gerne noch von der anderen seite dran und sie hängt perfekt das habe ich 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 der das hier fehlt noch jedes kommt vorne hin das kommt hier hin so den habe ich den habe ich habe ich noch hier irgendwas rumliegen was ich nur mal festkleben sollte könnte nein morgen mache ich den efeu und das und das licht doch der open das open schild das kommt hier hin perfekt dann lasse ich das jetzt alles trocknen lasse es so stehen wie es ist und für euch ist es gleich für mich ist es am nächsten tag bis gleich also für euch ist es ein augenblick für mich ist es am nächsten tag und so sieht das ganze jetzt aus es ist fest getrocknet und ich finde es mega mega cool okay das sollte eine andere farbe sein ist nicht so ordentlich gestrichen aber damit kann ich heute leben ansonsten finde ich das ding mega cool jetzt haben wir nur noch einen punkt die verkabelung ich habe eben schon mal in die anleitung geschaut weil funktioniert anders und doch gleich wie es bei dem bookshop also dem magic bookshop und der parisian alley der fall ist wir haben ja hier unten eine plane fläche also die ist ganz eben hier sind keinerlei irgendwas dafür vorgesehen und die müssen wir jetzt verbinden an diesen ganzen spaß so wie bei den letzten auch schon was ich halt sehr schade finde was ich jetzt gerade meine dadurch dass wir hier unten eine plane fläche haben können wir die kabel nicht verschwinden lassen sprich es steht immer so ein bisschen wackelig was wir machen können wäre jetzt moosgummi unten rein zu also unten drunter zu kleben und wir packen einfach hier zwei gänge für die kabel aber erstmal verbinden wir die kabel und dann schauen wir und was wir auch nicht vergessen dürfen das hier soll hier rein ich habe noch keine ahnung wie verbinden wir es erstmal dafür stelle ich jetzt mal auf die seite und schaue mir an wer mit wem verbunden werden soll also von hier vorne der seite fangen wir mal mit dem längeren an mit dem grauen das soll zu den beiden weißen geführt werden einmal dieses weiße und einmal dieses weiße wir versuchen das wieder gerade zu halten also nicht irgendwie miteinander zu verwuseln und wenn ihr jetzt wenn ihr dazu in der lage seid wenn ihr das material vor allen dingen dazu habt dann würde ich euch raten so wie bei den letzten auch lötet es ich weiß viele von euch machen das die kürzen das ganze und die löten das und dann hält es ist eine super sache irgendwann mal wenn ich meinen lötkolben wieder finde es die falsche aussage ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob ich ihn behalten habe nach dem letzten umzug falls ja oder ich mir einen kaufe zeige ich euch das gerne mal vielleicht auch in einem extra video mal gucken aber bis dato machen wir das so wie das set das vorsieht also komplett lötkolben frei ihr wisst alles zusätzliche ist halt zusätzlich und dementsprechend so gehen wir halt auch mit um oder so gehe ich damit um damit die meisten mitarbeiten können das erzähle ich euch ja eigentlich bei jedem set also von daher wenn ihr das lötet go for it das wisst ihr finde ich total cool ist im endeffekt die sicherste irgendwo methode etwas zu verbinden in der art aber die möglichkeit hat nicht jeder das wollte ich nun mal erwähnt nur noch einmal erwähnt haben ihr kennt das ja jedes mal wenn es um strom geht erzähle ich so meine zwei drei bündchen runter und dann können wir weiter machen so ich isoliere gerade den das kabel ein bisschen ab damit wir den ganzen spaß nachdem wir es ab isoliert haben miteinander verbunden verbinden können genau verbunden können wieder mal perfekt ist deutsch heute am start schieben wir es mal auf die uhrzeit ich war heute viel unterwegs und es ist etwas spät eigentlich wollte ich das viel viel früher drehen aber okay dafür hatte ich einen wunderschönen tag ich hoffe euer war auch sehr schön und ich hoffe euer wochenende war toll schreibt mir das super gerne mal in die kommentare wie euer wochenende so war ihr wisst das interessiert mich sehr so das lange graue kommt dahin das kommt dahin genau vor allen dingen da das wetter mehr oder minder rum gespielt also ja mehr oder minder mit gespielt hat sagen wir es mal so das ist vielleicht der neutralere die neutralere formulierung dafür nach den sonntägigen abwechseln von regen hagel und wunderschönen sonnenschein halte ich die formulierung glaube ich lieber mal ein bisschen neutraler wir haben es ab isoliert ich kann es nur leider nicht so hoch halten wie ich gerne wollte dann verdrehen wir die ganzen kabel ordentlich genug wir haben jetzt im set das ist so ein stückchen ja das zeige ich euch gleich mal wenn es nicht da das ist so ein stückchen plastik folie lage dünns das schneidet ihr jetzt zurecht wenn ihr es abkommt also erst zurecht schneiden und dann abmachen und dann könnt ihr das drum herum wickeln dann ist das isoliert das funktioniert eigentlich recht gut ich mache das halt nur sehr sehr gerne mit dem hier so rum das sind schrumpf schläuche in verschiedenen größen die haben die habe ich bei norma gekauft für 390 vor ein paar wochen schon etwas länger her glaube ich und wenn man sie erhitzt nicht zu sehr dann schrumpfen sie halt wie der name schon sagt und man legt sie einfach um das stück kabel welches man isolieren möchte und welches man zusammenhalten möchte fühlt das oder man geht mit einer offenen flamme dran wie gesagt nicht zu sehr sonst schmilzt es und zwar sehr sehr gut und dann kann man das runter sich runter schrumpfen lassen und dadurch sind die teile halt eigentlich im normalfall super fest passen sich an der größe an und halten das ganze zusammen schützen es und schützen die umgebung perfekt nummer eins steht machen wir gleich noch die nummer zwei batterien sind auch schon am start dieses mal achte ich auch drauf bevor ich fünf mal wieder auseinander baue dass ich sie ordentlich und richtig rum reingelegt habe nicht wie beim was waren das war das bei der ellie nein oder ich weiß es gar nicht bei irgendeinem meiner letzten projekte mit strom hatte ich zehn mal auseinander gebaut und habe mich sehr geärgert oder es war bei dem karneval genau bei dem karneval in der box da habe ich mich sehr drüber geärgert weil ich es erst auseinander gebaut habe mehrmals und dann darüber nachgedacht habe du kannst dir auch könnte es theoretisch eventuell die batterien falsch rum eingelegt haben und wunderte technik es war tatsächlich so war sehr spannend immer wieder dasselbe auseinander zu bauen hat mich so ein hauch geärgert aber hey passiert so und dann isolieren wir das ganze ab machen die isolierung ab bei dem ab isolieren vorsichtig sein dass ihr euch nicht schneidet aber auch nicht in den draht oder den draht durchschneidet das wäre nämlich super ärgerlich falls euch das passiert ist übt erst mal den längeren teilchen bis ihr das halbwegs drauf habt mit dem gefühl wie weit ihr da gehen könnt und so bisher in diesem super kurzen kabel seit denn da ist halt nicht viel kabel darum immer wieder zu probieren ich spreche da aus erfahrung glaubt mir fürs ab isolieren gibt es auch tatsächlich werkzeug oder tools oder wie auch immer man es nennen möchte ich finde es aber sehr sehr umständlich um so ein bisschen gummi abzumachen und dann dieses hier und das hier also wir haben es ab isoliert wir führen sie nach vorne diesmal müssen wir sie weiter nach vorne führen weil dieses kurze kabel ich zeige es euch gleich mal ist wirklich 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 kurz ich verbinde sie jetzt erst mal ich hoffe ihr seht es wahrscheinlich nicht so 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 perfekt es hält und auch da ziehen wir dann unser dings drüber wir könnten das jetzt auch vorher prüfen ob es funktioniert aber ich gehe ehrlich gesagt einfach mal davon aus so drauf feuerzeug und dann lassen wir den schlauch mal schrumpfen würde ich sagen so sieht meine verkabelung jetzt aus also das ist nummer eins und wie gesagt das ist nummer zwei und nummer zwei hier dieses ist halt super super kurz dass ihr nicht aber dieses ist super 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 kurz und ich denke wir probieren jetzt erstmal aus ob es funktioniert bevor ich irgendwas weiteres mache und gucken jetzt mal hier hinten kommt los das heißt hier kommt ein minus so hoch jetzt schupps ich auch noch dran rum und es funktioniert das können wir auch noch mal festkleben wenn wir das wollen ist ein bisschen blöd ranzukommen aber ja da kann man definitiv noch mal mit kleber arbeiten beziehungsweise was eigentlich meine idee war ich ziehe es einfach unten stramm wie zeige ich euch das so sieht so aus und dann ziehe ich das stramm und jetzt kommt der punkt den ich eben meinte jetzt können wir hier unten Tesa ist nicht unbedingt das beste medium um druck aufzubauen aber es reicht ihr seht sitzt stramm dann können wir den das kabel so ein bisschen führen und können das hier unten rein packen mir fällt gerade kein besseres wort an weil es ist wirklich eigentlich nur noch ein packen da unten so dann weiß ich noch nicht wie ich das da rein bekommen soll so könnte das funktionieren oder auch nicht hoch ist es drin ich habe keine ahnung ob es hält dann stopfen wir die kabel mit dazu wie gesagt betonung liegt auf stopfen tatsächlich in dem fall weil das ganze ist wirklich wirklich eng und wirklich wirklich klein so weiter mehr rein da ihr auch und da ich das grad nicht vollständig rein bekomme ist das okay doch es ist drin wo und es leuchtet auch noch beides ich bin begeistert ich bin echt begeistert aus ein perfekt okay es hängt ganz so hundertprozentig perfekt wie es eigentlich könnte und sollte aber wer von uns hier ist schon perfektionist also ich bitte euch so und das ist dann unser bookshop von vorne also von vorne von oben seite sind die blümchen nicht knuffig dann haben wir hier vorne die blümchen und die ganz vielen super cuten details die buchwand ich finde die so cool was man daraus alles machen könnte über hier das regal ärgere ich mich so ein bisschen aber so what die blümchen die können wir auch jetzt noch ein bisschen auseinander packen da die trocken sind aber ich denke die sind so auch okay dann der ständer hier vorne die pflanzen die können wir ein bisschen abknicken oder festkleben also ich würde sie fast noch mal festkleben lasse ich aber jetzt noch mal so dann hier die seite und unser hinten mit dem super tollen fleck ich glaube darüber könnte man echt mal ein graffiti packen das wäre bestimmt nice aus hier oben ist auch ein fleck der ist schon weg hier so ein graffiti gemalt das wäre cool also was sagt ihr zu dem bookshop ich hoffe euch hat das video gefallen schreibt mir doch mal super gerne eure meinung in die kommentare auch jetzt so wie euch das endgültige ergebnis gefällt ich finde es mega cool es ist einfach befriedigend muss ich ganz ehrlich sagen so was man hat das gebaut ist einfach toll es ist klasse es ist echt mega mega klasse schreibt mir eure kommentare eure meinung gerne in die kommentare ihr wisst ich freue mich da ultra drüber und schreibt mir doch super gerne ob ihr das selber aufbaut oder aufgebaut habt oder vielleicht mit mir zusammen aufbaut das finde ich immer mega schön wenn wir das zusammen machen also zusammen weil vielleicht basteln wir irgendwann mal zusammen aber das liegt in weiter weiter ferne dieser traum ich arbeite daran ich vergliere ihn nicht aus dem aus den augen und freue mich einfach über jeden von euch der mich anschaut also meine videos anschaut und supportet und über eure kommentare eure likes apropos wenn euch das video gefallen hat und der bookshop oder eins von beidem nur lasst dem video super super gerne einen daumen nach oben da ich freue mich da unendlich drüber und ansonsten falls ihr von mir nichts mehr verpassen wollt denkt dran in nächster zeit kommen auch noch mal zwei probe videos also ich werde noch mal zwei dinge ausprobieren zwei farbsets davon kommt kleiner sneak peek für die nächsten tage das schiebe ich mal zur seite das hier probiere ich aus das ist auch nächste woche also das ist nicht nächste woche wollte ich gerade sagen das ist ab mittwoch im angebot kommt drauf an wann ihr das guckt dazu mache ich aber noch mal ein einzelnes video dass ihr das wisst bla 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 ihr wisst wenn ihr all das was jetzt noch kommt nicht verpassen wollt dann abonniert doch super super gerne den kanal aktiviert die glocke dann werdet ihr jedes mal von youtube benachricht sobald ich was hochlade und glaubt mir da kommt noch einiges und es wäre schön wenn ihr mich begleitet darauf freue ich mich schon sehr und ansonsten begeistert ist es tut mir leid ich bin einfach mega mäßig glücklich damit es leuchtet es funktioniert es war mega toll mit euch zusammenzubauen ansonsten habt einen wunderschönen tag genießt eure zeit macht irgendwas tolles genießt die vor oster zeit oder wann auch immer ihr es guckt bleibt kreativ und wir sehen uns das ist